So, wir wollen mal gucken. Durch das Fenster haben sie ja durchgeschossen. Ob wir hier die noch töten können, einen haben wir. Okay, hier haben wir keinen weiter. Oh Gott. Wow, den holen wir mal wieder. Auch wenn ich selber gerade fast im Arsch bin, das ist es mir noch wert, zu reanimieren. Finde ich eine ganz coole Geschichte. Okay. Die Tür haben wir mal geschlossen. Jetzt sind wir hier ganz alleine dran. Okay, haben wir da mal eine Bombe hingelegt. Vier gegen vier. Da vorne habe ich... Haben wir. Und da habe ich gerade das C4 weggenommen. Verdammte Axt. Voll in den Schädel geschossen. Es sind zwei gegen mich noch. Ach, verdammt. Shit. Fuck. Warum habe ich nicht... Okay. Gehe ich hier die Treppe hoch oder gehe ich hier nicht die Treppe hoch? Das ist die Frage. Okay, links ist einer drin. Da war auch einer. Ich werde mal durch dieses Fenster hier gehen. Ich werde mal durch dieses Fenster hier gehen. Habt euch Kumpel. Wollen wir mal hier lang gehen? Hopp. Haben wir den einen? Ach. 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 Mal schauen, ob hier noch einer ist. Mal schauen, ob hier noch einer ist. Jawoll. Schön. ja wir haben gewonnen einen wunderschönen